Okay, Mirella, Feminismus, okay, 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 so. Auch hier ein bisschen was davon habe ich schon gesehen, aber noch nicht alles, deswegen schauen wir mal, bin gespannt. Ich finde sie eigentlich ziemlich cool und mich interessiert sehr, was sie da zu sagen hat, warum ich Frauen und Männer nicht gleich behandle. Und da haben die beiden darüber geredet, dass sie am Anfang mal gesagt haben, dass sie eine separate Folge zum Thema Feminismus machen wollen und haben beide auch sehr doll darüber gelacht, weil sie natürlich absolut die Feminismus-Experten sind und ich fand das sehr witzig und war dann so, ah, Moment, das könnte ich doch eigentlich mal wieder machen. Gerade auch vermehrt wegen Kommentaren, die unter meinen Videos kamen, also ich kommentiere gerade, are you the one, reality stars in love? Und da bekomme ich immer wieder Kritik, was auch vollkommen in Ordnung ist, daran, wie ich Situationen einschätze, wie ich Leute bewerte und gerade, dass ich mich zu oft auf die Seite der Frauen stellen würde und Männer nicht mit dem gleichen Maßstab oder mit einem anderen Maßstab bei Männern als bei Frauen ansetze. Und das sei keine Gleichberechtigung, das sei kein Feminismus und dazu wollte ich heute einfach mal ein bisschen sprechen. Ich finde interessant, wenn Leute denken, dass Feminismus oder Gleichberechtigung bedeutet, dass man Leute genau gleich behandelt, weil, ja, mir ist gerade auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen leise ist, weil darum geht es ja nicht. Also gerade in einer Gesellschaft, wo halt eben eine Ungleichbehandlung stattfindet, ist so eine komplette Gleichbehandlung vielleicht nicht genau das Ding, sondern es ist halt wie dieses bekannte Bild mit drei verschiedenen Leuten, die an einem Zaun stehen und versuchen drüber zu schauen. Und Gleichbehandlung würde, alle würden einen Kasten bekommen, ob sie jetzt den wirklich brauchen, also wo sie sich draufstellen können, ob sie den jetzt auch wirklich brauchen, um drüber zu schauen oder nicht. Sie haben halt dahingestellt, weil Leute sind unterschiedlich groß und so, whatever. Und der Größte brauchst du vielleicht nicht unbedingt. Der Kleinste braucht aber vielleicht mehr als nur diesen einen Kasten, weil er mit dem immer noch nicht drüber schauen kann. Also Gleichbehandlung ist halt auch nicht das, worum es beim Feminismus geht. So Gleichstellung, ja, ja, also, ja, einfach der Abbau von dieser Ungleichbehandlung. Ah, ja, genau. Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit. Gleich, gerecht. Yes, genau das. Genau das. Weil ich glaube, dass da mein Verständnis von Feminismus ein anderer ist, als sie ein anderer haben. Und es geht heute nicht darum zu sagen, mein Feminismus ist besser als dein Feminismus, sondern lass doch einfach mal darüber reden, lass mal Gedanken darüber austauschen. Für mich war das ein ganz neuer Gedankengang, der sich bei mir auch aufgetan hat. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch viel mit Frauen im Fernsehen, da endet der Satz, mit Frauen im Fernsehen beschäftigt, gerade auch in Vorbereitung auf die Tour, habe ich zum Beispiel mich auch mit dem Format Germany's Next Topmodel auseinandergesetzt. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, dass halt Misogynie, das Wort muss ich noch richtig aussprechen lernen, Misogynie. Ich liebe es, was auch andere dieses Problem haben. Es ist aber auch ein schwieriges Wort. Ich stolper da auch jedes Mal wieder drüber, weil ich jetzt irgendwie, ich will immer Mühe sagen. Misogynie oder so. Misogynie. Also wie man schreibt, weiß ich schon, Misogynie, genau. Ja, genau. Aber immer wenn ich es ausspreche, merke ich, ich habe es falsch ausgesprochen und da muss ich es nochmal ändern. Dann, die Betonung bei mir immer falsch ist oder dass ich halt am Anfang dieses Mühe sage, Misogynie, Misogynie. Bestimmt Absicht, dass das Wort schwer ist, damit es niemanden benutzt. Ah, ja, 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 damit wir nicht drüber reden können. Das macht voll Sinn. Kann ich es mir nicht erklären, warum es 13 Staffeln, 18 Staffeln Germany's Next Topmodel gibt und kein Äquivalent zu dieser Sendung, wo Männerkandidaten sind in diesem Ausmaß. Wir alle haben Germany's Next Topmodel jahrelang geguckt, vielleicht machen wir das nicht mehr, gerade aus problematischen Gründen. Also ich habe es nie geschaut. Deswegen bin ich besser als sie alle. Nein, aber ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie nie interessiert. Als ich das früher geguckt habe, ich habe mich natürlich über die Frauen lustig gemacht. Aber halt schon, ich meine schon sehr, sehr viele Leute haben das angeschaut. Bei mir in der Schulzeit alle, also gerade die Mädchen haben das immer alle geschaut. und Momo hier. Alle Staffeln geschaut seit 2006. Bild, ja. Bis ich erwachsen wurde. Ich habe nur, also ich habe hier und da mal eine Folge gesehen oder mal so ein paar Szenen daraus, aber war nie so meins. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ist die schon wieder anstrengend. Vorbildlicher Feminist, total. Ich meine, ja, gerade so Trash-Zeug, weiß nicht, darf ja auch mal sein. Es muss ja nicht immer alles immer nur mit einer feministischen Perspektive angeschaut werden. Ich meine, ich entdecke gerade erst Trash für mich. Ich bin gerade so voll, ich liebe plötzlich Trash. Voll mein Ding. Habe ich nie wirklich was mit anfangen können. Und jetzt seit kurzem, seit seit Sam Oddly Gaming bei sich im Stream die Jungs-WG und Mädchen-WG anschaut. Und Kim bei sich Beauty and the Nerd und Princess Charming und so das Zeug anschaut. Bin ich so voll drin. Und jetzt schaue ich das selber auch. Und ich liebe alles daran. Ja. Das ist einfach Hate-Watchen. Ja. Voll durch Mirella auf Trash gekommen. Also ich schaue jetzt auch immer, keine Ahnung, Princess Charming schaue ich gerade immer bei Ayosha und auch bei Annikation. Wenn ich von beiden das mitbekomme. Okay, es wird kurz mein Trash-Game. Ja, und ich liebe es mittlerweile so sehr. Es ist so voll, voll nice. Also vor allem Trash ist ja nicht gleich Trash. Also ich weiß nicht, ob ich diese krassen Sachen, diese krass trashigen Sachen auch schauen könnte. Also wie heißt denn dieses Zeug, wo die alle nackt auf einer Insel sind oder sowas. So ein Zeug. Weiß ich nicht. Ob das was für mich wäre. Vielleicht muss ich dem nur meine Chance geben. Und ich würde es genauso feiern. Aber ich finde halt... Ich bin mir nicht... Ich glaube nicht. Ich glaube, Love Island ist nur etwas anderes. I don't know. Es gibt so viele Trash-Formate. Ich mag das halt gerade so. Princess Charming ist halt teils so voll wholesome. Genauso wie Beauty and the Nerd. Ich liebe... Beauty and the Nerd habe ich so gefeiert. Ich habe das so viel angeschaut. Ich habe... Ich schaue bei allen Leuten, die das anschauen, habe ich diese auf Twitch von Kim, von Ach Johanna, also von Freiraum Reh, von Ach Johanna und von Impulse Sally. Ähm... Und allen drei immer die Reactions auf Anni. Anni the Duck, wie sie auf Beauty and the Nerd reagiert. Bei allen dreien immer reingeschaut. Sally ist, glaube ich, immer noch nicht ganz fertig. Und so. Und ja... Ich liebe das einfach. Das ist so wholesome. Diese neueste Staffel davor. Davor habe ich das noch nie gesehen. Aber ich liebe es so sehr. So sehr. Einfach. Adam und Eva. Die nackte Liebe finden. Ja, sowas. Ich weiß, dass das bei mir in der Schule damals alle angeschaut haben. Ja. Oh mein Gott, was heult die denn die ganze Zeit rum? Boah, die ist aber schon ganz schön zickig. Die ist schon ganz schön laut. Die ist schon ganz schön nervig. Ja, so kann die nicht Germany's Next Topmodel werden. Die soll sich mal nicht so anstellen. Warum heult die? Weil ihre Haare komplett abgeschnitten werden. Das ist doch kein Problem. Und ja, Heidi Klum ist eh die schönste und beste. So ein bisschen. Wild. Und ihr könnt mir gerne... Ich finde das so wild, weil ich... Hab halt... Bevor ich Germany's Next Topmodel mal... Also mich damit wirklich auseinandergesetzt hatte, war für mich halt schon klar, wie problematisch das alles ist. Deswegen war für mich immer so, ich weiß nicht, dass man Heidi Klum tatsächlich irgendwie gut finden kann, geht irgendwie nicht so in meinen Kopf rein. Weiß ich nicht. Adam sucht Eva. Das könnte sein, ja. Beweis machen, dass ihr nie irgendwas in die Richtung gedacht habt, aber ich... Sorry. Da müsst ihr euch mal den Spiegel angucken. Ich glaube, ihr lügt euch ja gerade was vor. Ganz ehrlich, ganz viele Formate leben da. Und ich auch... Also ich merke auch, wie ich da früher das so voll gejudged habe. Und... Was ich auch zum Beispiel nie verstanden habe bei diesem Umstyling und so. Wieso da immer alle heulen? Was soll denn das? Die wissen doch, worauf sie sich einlassen und so ein Zeug. Dachte ich mir schon auch immer. Ähm... Vom Umstyling habe ich oft so Ausschnitte gesehen. Aber... Also von Germany's Next Topmodel. Und... Mittlerweile weiß ich halt aber auch, wie viel... Also wie viel da erstens geframed wird von der Produktion. Und das finde ich auch so wahnsinnig spannend. Ehrlich gesagt... Wenn man sich das anschaut... Äh, das... Ich da immer jetzt so diesen Blick noch drauf habe. So... Okay, krass, was da halt eigentlich ja bei der Produktion so hintenrum alles läuft. Und dann auch, was da halt alles nicht zeigen. Und wie sie das alles zusammenschneiden und so weiter. Davon, dass wir einfach mit einem anderen Blick auf Frauen blicken. Wir als Frauen, aber auch andere Männer und alles, was dazwischen ist. Okay? Es ist einfach salonfähig, sich über Frauen aufzuregen. Eine selbstbestimmte Frau, eine Frau, die... Und auch so, wenn einem mal bewusst ist, was das eigentlich für eine krasse Ausnahmesituation ist, bei so einer Show mitzumachen. Wo du mehrere Wochen irgendwo weg von deinem Leben bist. Weg von allen Leuten, die dir was bedeuten. Und halt dann die ganze Zeit nur mit irgendwelchen fremden Leuten zusammen bist. Wo die ganze Zeit auch die Produktion und vielleicht auch einfach wirklich Leute so ein bisschen anecken. Wo du ständig irgendwie, ähm... Oh Gott, keine Ahnung. Wo ständig irgendwie Drama geschürt wird. Und du kannst das... Du kannst dich nicht wirklich aus der Situation rausnehmen. Weil du bist halt 24-7 mit diesen Leuten zusammen. Du... Boah, nee. Und dann auch so viel Alkohol, was da im Spiel ist. Das ist ganz oft. Äh, gerade bei diesen Datingshows. Und dann ist das auch so eine weirde Situation, dass da alle... Gerade so bei Princess Charming oder so, dass da alle um die eine Princess buhlen. Und... Halt so... Das wird mich, glaube ich, auch so hart fertig machen. Ähm... Deswegen, was Momo fragt. Würdest du bei irgendeiner Show mitmachen? Nee. So Princess Charming könnte ich nicht. Dieses... Das fände ich so schrecklich. Gegen andere Leute so antreten zu müssen. Und eine Person irgendwie für mich erobern zu müssen. Weil ich glaube, ich bin dafür auch nicht... Äh... Ergreife nicht genug die Initiative dafür, um bei sowas durchkommen zu können. Das wird mich richtig fertig machen, dann mit anderen die ganze Zeit verglichen zu werden. Oder halt auch diese Dates dann vor der Kamera zu haben. Like, erste Dates sind eh schon so unfassbar unangenehm oft. Und das dann auch noch irgendwie vor der Kamera zu haben. Ja, das... Also das ist halt auch was, was mich so nervt. Gerade an der Charming Boys... Staffel. Dass die da die ganze Zeit Leute auf dem Klo gefilmt haben. Das ist auch No-Go. So, wenn ich bei sowas mitmachen würde... Dann müsste das vielleicht sowas wie Charming Girls sein. Wo alle, alle daten. Oder so. Und... Oder Beauty and the Nerd. Wenn es da wieder so wholesome wird. Wenn Valentina nicht drin ist. Äh, aber... Sowas in die Richtung. Ähm... Und halt wenigstens im Bad nicht gefilmt werden. Und nicht aufgenommen werden. Das möchte ich nicht. Ich hab's ja eigentlich bei einer lispischen Show sehr wenigstens... Ja, genau. Deswegen hatte ich so auf ein Charming Girls gehofft. Boah, ich glaube dieses ganze... Gerade so queeres Dating. Ich denke jetzt gerade... Also ich hab jetzt auch schon die... Die fünfte Folge. Die neueste Folge von Princess Charming angeschaut. Und... Ähm... Ich kann mir die Namen nicht merken. Aber da ist diese eine, die so sehr unsicher ist. Und deswegen immer wieder so den Kontakt sucht. Und nochmal nachfragt und so. Und wenn ihr das auch seht, dann wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine. Und ich glaube, das wär echt schwer... Danach... Wieder anderweitig zu daten. Weil Princess Charming ja gefühlt alle queeren Frauen anschauen. Das heißt, wenn du da rauskommst... Und alle halt sehen, wie unsicher du tatsächlich bist und so weiter. Und halt dann vielleicht nicht so reflektiert sind und nicht... Ähm... Das so... Für sich... Oder einfach nicht so viel darüber wissen, was da alles hinter den Kulissen abläuft. Wie viel Framing da passiert. Wie viel einfach weggelassen wird und so weiter. Ich glaube, dann ist danach Dating echt schwierig, wenn du da mal so einen Stempel hast. Oder auch anderweitig... Freitig, ähm... Wenn du da halt die ganze Zeit so voll... In diese... Diese... Draufgänger... Fuckboy-Klischee-Richtung... Geframed wirst. Ob die Personen das jetzt wirklich sind oder so. I don't know. Aber... Gibt ja doch einige, bei denen das so wirkt. Ähm... Das ist, glaube ich, schwierig. Danach. Gerade halt in der queeren Community, wo dich... Wo alle halt alle kennen, so gefühlt. Und wenn du halt in der queeren Community so ein bisschen mehr, ähm... Reichweite hast, dann kennen dich gefühlt gleich alle. Also... Ja... Deswegen stelle ich mir das richtig schwer vor. Ich merke auch jetzt schon wieder, wie ich voll überfordert bin. Ähm... Wenn ich auf Hinge... Oder so... Weil Hinge ist ja zur Zeit auch so meine bevorzugte Dating-App irgendwie. Äh... Wenn ich da mehrere Matches mit Leuten habe und dann mit mehreren Leuten gleichzeitig schreibe... Bin ich voll überfordert. So... Warte, wer hat mir jetzt nochmal was gesagt? Und... Ähm... Ich kann das nicht. Ich kann, glaube ich, nicht... Ich könnte nicht so Princes sein, die dann... Ähm... Wie viele waren das am Anfang? 17 verschiedene... Leute gleichzeitig kennenlernen. Und dann den ganzen Leuten auch noch vor der Kamera eine Abfuhr erteilen. Das... Boah, nee. Das könnte ich einfach gar nicht. Bei Beauty... Äh... Seriously? Ich hatte mal kurz geschaut, ob es schon irgendwie neuen Casting-Call-Ding für Beauty and the Nerd gibt. Und ob ich mich einfach mal spaßeshalber anmelden sollte. Aber das Ding ist halt... Für Beauty oder Nerd... Weil ich glaube, ich... Also... I don't know. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, allein deswegen könnte ich nicht mitmachen. Oder ich bin einfach mein eigenes Team. Gut, dass ihr alle dasselbe schreibt. Ja. Aber ich weiß nicht. Aber ich bin halt auch... Das ist ja so ein bisschen das Ding bei Beauty and the Nerd, dass halt die Nerds alle nicht so mega sehr auf ihr Aussehen achten. Und dann dieses krasse Umstyling bekommen. Und dann danach so viel besser aussehen, was nicht unbedingt der Fall ist. Und gerade bei den Männern einfach nur... Einfach nur Bart abrasieren. Vor allem, weil die alle mit Bart so viel besser aussahen. Egal. Ähm... Und... Das Ding an den Beauties ist ja, dass die dann alle... Keine Ahnung von nerdigeren Themen haben. Kann ich leider einfach nicht mitmachen. Wann übernimmt KI eigentlich mein Dating? Oh mein Gott, wie gut wäre das? Wir suchen alle nach Leuten, die die Klischees erfüllen. Ja. Aber gut, wir könnten mal wieder weiterschauen. ...die eine eigene Meinung hat, ist immer anstrengend und kompliziert. Eine selbstbestimmte Frau, salonfähig, sich über Frauen aufzuregen. Eine selbstbestimmte Frau, eine Frau, die eine eigene Meinung hat, ist immer anstrengend und kompliziert. Eine Frau, die, keine Ahnung, selbstbestimmt durchs Leben geht, die sich nichts sagen lässt, ist weiterhin zickig und anstrengend. Und sie ist nicht eine Boss-Bitch, sie ist nicht ein Alpha-Tier, sie ist nicht ein Sigma-Tier, sie ist nicht the shit, sondern sie nervt. Ja. Sie macht sich doch selber nur etwas vor. Und vielleicht macht sie selber sich etwas vor, aber ganz ehrlich, was soll man denn heutzutage auch noch machen? Da muss man sich halt die Welt schön machen in seinem eigenen Kopf. Und ganz oft bekomme ich dann eben den Kommentar auch, dass ich mich mit Frauen ständig solidarisiere und bei Männern total kritisch sei und dass es nicht fair ist und dass ich doch mal die Rollen vertauschen soll in gewissen Situationen. Es gab eine ganz spezielle Situation zum Beispiel in einer der Folgen, da hat Paco nackt geduscht und man sieht einfach nur, wie Sandra daneben steht und ihm beim Duschen zuguckt. Wir sehen nicht vorher, wie es zu dieser Situation gekommen ist, wir sehen keinerlei Gespräche davor und wir sehen auch keinerlei Gespräche danach. Es heißt, es gibt weder das Gespräch vorher, wo sie sagt, es ist okay, wenn ich dir zugucke, wir wissen aber nicht, ob es existiert oder nicht. Es gibt auch nicht das Gespräch vorher, dass er sagt, willst du mir beim Duschen zugucken? Das gibt es auch nicht. Es gibt nicht das Gespräch danach, wo jemand sagt, mir war die Situation unangenehm, ich habe mich beobachtet gefühlt, es hat mir nicht gefallen. Dieses Interview gibt es auch nicht, zumindest haben wir es nicht zu sehen bekommen. Trotzdem bekomme ich dann die Kritik, ich hätte die Situation falsch eingeordnet. Warum sage ich nicht, dass das von Sandra übergriffig ist, wenn sie einfach ungefragt Paco beim Duschen zuguckt? Ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt hat oder nicht. Und dann ist für mich jetzt diese Krux, die kommt, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre dein Aufschrei groß gewesen. Ich denke nicht. Ich denke schon. Vielleicht schon, aber zu Recht, weil ich messe Verhalten von Frauen und Männern mit zweierlei Maß und ich denke, dass ich trotzdem Feministin sein kann. Es ist halt auch, also ich kann das verstehen, zu einem gewissen Grad, es ist halt doch immer, also von einfach nur draußen durch die Welt gehen, bekleidet, von einem Mann angestarrt zu werden, ist einfach bedrohlicher, als von einer Frau angestarrt zu werden. Ist leider einfach so, oder von einer männlich gelesenen Person und von einer weiblich gelesenen Person, so, I don't know, ist einfach irgendwie unangenehmer. Weil von wem gehen die meisten Übergriffe aus? Männer abschaffen? Ja, voll, voll. Ich fand die Idee von einem Grundrechte-Führerschein für Männer ganz gut. So, dass Männer erstmal keine Grundrechte haben, aber sie erstmal, sie können sich die mit so einer Art Führerschein so erarbeiten. Aber es gibt immer wieder regelmäßig Kontrollen. Und so, ja, wäre ich voll dafür. Und trotzdem für Gleichberechtigung sein kann und dennoch zweierlei Maß an Frauen und Männer anwenden kann, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der immer zweierlei Maß an Frauen angewendet wird. Frauen und Männer haben andere Lebensrealitäten. Ganz kurz, um diese Paco-Szene abzuschließen, wenn es andersrum wäre. Sandra steht nackt unter der Dusche, Paco guckt zu. Wie gesagt, wir wissen doch gar nicht, was vorher oder danach passiert ist. Ob es jemand unangenehm fand, ob jemand gefragt wurde. Wir wissen nichts davon. Wir sehen diesen kleinen Ausschnitt und wir können da jetzt ganz viel reininterpretieren und sagen, irgendwer ist hier gerade der Übeltäter. Aber niemand... Nee, ich hätte lieber so Grundrechte-Führerschein, dass Männern erstmal die Grundrechte weggenommen werden. Und die müssen sich die erstmal erarbeiten. Hat irgendwas in diese Richtung gesagt? So, also das ist schon mal der Fakt. Das ist das, was es ist. Wäre es andersrum, Leute, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es das Gleiche ist, wenn ein Paco mit seinen gefühlt drei Metern in die Höhe und Breite dasteht und eine Frau beim Duschen beobachtet, als wenn da eine Sandra mit ihren 1,50 und weiß ich nicht, Hüftumfang 20 Zentimeter gefühlt dasteht und ein Paco mit seinen drei Metern in alle Richtungen beobachtet. Also ihr wollt mich doch jetzt verarschen, wenn ihr sagt, das ist das Gleiche und beide werden sich gleich in der Situation fühlen. Nein, wir Frauen gehen anders durchs Leben als drei Meter große Schränke. Beispiel, wenn eine Frau nachts nach Hause geht und hinter ihr, fünf Meter hinter ihr, ein Mann... Musste ich auch gerade dran denken, weil letztens irgendwie auf Insta ging das so ein bisschen rum, dieses Video, wo eine Frau und ein Mann, wo die dieselben Fragen gestellt bekommen haben. Und es dann halt auch so Sachen waren wie, hast du dich schon mal unsicher gefühlt, wenn du alleine abends unterwegs bist und so ein Zeug? Oder hast du schon mal extra deinen Schlüssel irgendwie zwischen die Finger gemacht und so weiter? Diese ganzen Unterschiede, die vielen Männern einfach null bewusst sind. Wenn man den gleichen Weg nach Hause geht und du diese Frau fragst, wie hast du dich gefühlt? Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Frau sagt, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich umgeguckt, ich hatte vielleicht schon einen Schlüssel in der Hand, ich hatte meinen Pfefferspray dabei, ich habe zu Sicherheit eine Freundin oder meine Mama oder irgendwen angerufen und ich hatte Angst und wollte so schnell wie möglich nach Hause gehen. Ich habe überlegt, diese Seiten, die Straßenseite zu wechseln, Jesus Maria. Und so war das für mich. Andersrum, es geht ein Mann die Straße entlang und das ist jetzt dann von mir aus auch egal, ob da fünf Meter dahinter ein Mann oder eine Frau oder irgendwas dazwischen läuft und du diesen Mann fragst, wie hast du dich in der Situation gefühlt? Wird der sagen, was für eine Situation? Ach, jemand ist hinter mir gelaufen? Ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, ob ich mir um die Ecke jetzt noch einen Döner hole oder nicht. Das ist nun mal die Realität. Bisschen zugespitzt, aber es ist so. Wir gehen... Ja, aber da geht es ja nur darum, sie macht ja mit dem, äh, sie vergleicht es ja jetzt nicht miteinander. Sie sagt ja nicht, dass das genau dieselbe Situation ist. Sie sagt nur einfach, dass Frauen und Männer oder halt weiblich gelesene Personen anders durch die Welt gehen als männlich gelesene Personen. Anders durch die Welt, wir nehmen die Welt anders wahr. Wir haben gewisse Situationen. Als Frau gehe ich nicht einfach um 23 Uhr nachts im Park joggen. Als Mann vielleicht schon eher. Es geht jetzt natürlich, es ist sehr binär. Ich weiß, es geht jetzt um weiblich gelesene und männlich gelesene Personen, nur dass ich das einmal klargestellt habe. Es ist doch Quatsch zu sagen, immer und ständig zu sagen, man müsste die Rollen vertauschen und dann würde ich ja plötzlich anders das reagieren. Und das wäre dann wiederum nicht okay und dass es nicht Gleichberechtigung ist, wenn ich Situationen oder Verhaltensweisen von Frauen und Männern anders bewerte. Ich finde, das ist total legitim. Ich werde den ganzen Tag, jeden Tag, mein ganzes Leben lang anders bewertet, weil ich eine Person bin, die als Frau gelesen wird. Das nervt und das ist ungerecht, aber das ist die Realität, in der wir leben. Und solange wir noch an diesem Punkt sind, sehe ich das gar nicht ein, dass ich dann aber hier irgendwie Rücksicht... Ganz genau, wir müssen... Das ist so weird, dieser Rollenvertausch immer so. Stell dir doch mal vor, es wäre andersrum. Ja, aber das ist halt eben... Es gelten halt einfach andere Regeln in dieser Gesellschaft für Männer und Frauen. Ist halt leider irgendwie so, das ist halt scheiße und dafür sollten wir arbeiten, dass wir davon wegkommen. Ähm, aber es ist halt schon so. Also, wenn wir jetzt irgendwie... Also, dieser Rollenvertausch bringt halt auch ganz auf nichts. Wenn wir jetzt in eine andere Richtung machen, stellt euch mal vor, ein Mann würde ungeschminkt streamen. Ja, Standard. Okay. Ciao. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ähm, aber der würde halt nicht irgendwie so übergriffige Kommentare direkt bekommen mit, ähm, keine Ahnung, bist du krank oder sowas. Ist alles gut bei dir. Also, du siehst so... Sieht man dir an, dass du... Dass irgendwas nicht gut ist oder whatever. Aber wer in einer weiblich gelesenen Person nutzt das patriarchale System zu deren Gunsten aus? Das ist dann sehr böse. Ja, genau. Es macht halt nicht immer Sinn, das einfach nur rumzudrehen. Oder hier, äh, mich da nach hinten umverbiegen muss, um dann irgendwie Männer sensibler anzufassen und Frauen härter anzufassen. Das ganze Leben fest uns Frauen schon härter an. Wir sind diejenigen, die öfter umgebracht werden. Wir sind diejenigen, die öfter vergewaltigt werden. Wir sind diejenigen, die ständig und immer sich irgendwie anpassen müssen und gucken müssen, dass alles in Ordnung ist. Und Mental Load des Todes haben. Und... Also, sorry. Aber lass mich doch einfach in Ruhe, wenn ich dann Bock habe, Männer ein bisschen härter ranzunehmen, weil sie halt im Leben auch teilweise oftmals ein bisschen leichter haben und ein bisschen mehr Geld verdienen und sich ein bisschen weniger dafür rechtfertigen müssen, wenn sie nur zwei Monate Elternzeit nehmen oder was auch immer. Sorry, dass ich die dann wiederum ein bisschen härter rannehme, weil ihr hattet ja auch ein bisschen mehr Zeit, euch vielleicht mal über euch selber ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Und natürlich ist Feminismus auch für Männer da. Natürlich kommt bitte alle rein in den Feminismus. Natürlich befreit Feminismus auch viele Männer von vielen toxischen Verhaltensweisen, von vielen Stereotypen. Das ist ja nicht nur so, dass wir Frauen darunter leiden. Männer leiden genauso darunter. Absolutely. You're damn right, girl. Aber wir sind nun mal nicht an dem Punkt, dass wir... Oh ja, voll, was Flourish schreibt. Solche Interviews. Immer wieder gut. Also es verdeutlicht halt, wie wack das Ganze ist, was Frauen gezeigt wird. Ja, voll, voll. Aber andersrum macht es halt keinen Sinn, weil andersrum, wenn du einer Frau halt diese Interviews oder diese selben Fragen stellst, die Männern normalerweise gefragt werden, dann sind das halt ganz normale Interviewfragen. Absolute Gleichberechtigung immer und überall haben. Wir sind an dem Punkt, dass wir in einem Patriarchat leben. Wir sind an einem Punkt, in dem Misogynie tagtäglich stattfindet, in dem Formate wie General-Sex-Topmodel immer noch super beliebt sind und in dem Frauen in Formaten, gerade im Fernsehen, immer wieder als die nervigen, anstrengenden, zickigen, unloyalen, übertriebenen, weiß ich nicht, Schlampen am Endeffekt dargestellt werden. So, da mache ich halt nicht mehr mit. Und das ist dann auch okay, wenn ihr eine andere Meinung habt. Es gibt ja anscheinend genug andere YouTuberInnen, die da auch anders das einordnen und das ist auch vollkommen okay. Aber mir ist einfach aufgefallen, es ist so einfach, Frauen zu hassen. It is the easiest thing in the world. Wenn du einen Mike hast und eine Kim Virginia, der erste Impuls, egal wie unangenehm das ist, jetzt zuzugeben, ist, du möchtest Kim Virginia hassen. Es ist so, du möchtest Kim mögen und Kim Virginia hassen. Das ist dein erster Impuls, weil wir so groß geworden sind. Weil Kim Virginia auch für alles steht, was wir an Frauen hassen. Wir hassen Frauen, die zu gestylt sind, wir hassen Frauen, die operiert sind, wir hassen Frauen, die zu laut sind, wir hassen Frauen, die selbstbestimmt ihre PartnerInnen wählen, die selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umgehen. Wir hassen Frauen, die zu freizügig sind, wir hassen Frauen, die, keine Ahnung, von sich selbst zu viel halten. Wir haben einfach ein bestimmtes Bild, wie Frauen zu sein haben und wenn Frauen nicht so sind, dann sind sie anstrengend, dann sind sie laut, dann haben sie Komplexe, die sie überspielen wollen. Ja, Entschuldigung, wie soll ich denn keine Komplexe in dieser Welt haben, die ich überspielen will? Also sorry, aber das ist ja absolut klar, dass auch eine Kim Virginia und auch eine Mirana Pratschek und auch du, meine Liebe, oder mein Lieber, dass wir hier alle Komplexe haben. ständig und überall und dass wir die natürlich versuchen zu überspielen auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich versuche da auch mein Verhalten ständig und immer zu reflektieren und ich denke viel darüber nach, was ich mache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich oft mit Frauen solidarisiere, weil es immer der erste Impuls ist, gegen eine Frau zu stellen. Das ist einfach so. Ach, der Mike, der ist doch so süß und ach, der hatte doch so eine schwere Beziehung und die Kim, die ist doch so laut und so nervig und guckt sie euch doch mal an und was weiß ich was. Das ist die einfachste Narrative, auf die wir uns stürzen können. Und natürlich sage ich auch gar nicht, es geht jetzt nicht darum, wer jetzt hier der böse Mann ist oder die böse Frau. Es geht nur darum, dass ich dafür sensibilisieren möchte, was automatisch bei vielen Leuten im Kopf abgeht. Und dass da manchmal einfach man diese gewohnten Denkweisen, diese gewohnten Hasspatterns ja auch irgendwie hat. Ey, was habe ich früher? Ich habe Hate-Watching betrieben. Das heißt, es gab Instagram-Accounts, die habe ich nur angeguckt, weil ich wusste, ich hasse alles, was die machen. Die sind scheiß Influencerinnen. Und ich kann da sagen, es sind dann Influencerinnen. Es waren natürlich Frauen und deswegen hassen wir auch Influencerinnen, weil das natürlich eine Frauendomäne ist. Es ist einer dieser Jobs, wo Care-Arbeit monetarisiert wird. Es ist einer dieser Jobs, wo Frauen das meiste Geld mitmachen und am erfolgreichsten drin sind. Und dann hassen wir das natürlich. Dann gucken wir natürlich drauf runter und sagen, ach, das kann doch jeder und es ist doch keine Arbeit. Und keine Ahnung, schön ausgucken. Das wird ja wirklich nicht so schwer sein. Kannst du vielleicht auch was Richtiges machen? Also ich kann ja Football spielen. So ist das dann. Und das, sorry, ich gehe da einfach nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Frauenhass. Und dann mag es auch mal so sein, dass ich einmal zu viel vielleicht einer Frau was durchgehen lasse. Oder einmal zu viel es damit entschuldige, dass es halt Unterhaltung ist und dass es funny ist. Und wenn man ehrlich ist, ich fühle mich gerade echt gut unterhalten. Weil, warum denn auch nicht so ganz ehrlich? Ich weiß doch, was die sich den ganzen Tag für eine Scheiße anhören müssen. Nur weil, keine Ahnung, weil sie sich so verhalten, wie wir das nicht möchten, dass Frauen sich verhalten. Genauso, ey, die anderen Opfer jetzt in, bei Are You The One zum Beispiel, Paulina, wurde so gedrackt. Muss ich halt nichts dazu sagen. Alles ist einfach nur, yes, yes, voll, voll. Gedrackt, weil sie zwar... Ich habe es letztens auch wieder gehört, dieses... Obwohl mir ein echter Typ gesagt hatte, ist er so neidisch. Weil, weil Frauen müssen ja nichts dazu machen, um irgendwie attraktiv zu sein oder so. Müssen ja nur so ein bisschen schminken. Und fertig. Und Männer müssen ins Fitnessstudio gehen, um attraktiv zu sein. Like, dude. Are you for real? Sexy Getting Ready Song? Was? Influencer sind scheiße, weil es auch Frauen sind. Ja, es ist schon so ein Ding. Also gerade... Also gerade so auf Insta. So, wenn du Influencer hörst, dann haben die meisten schon eher diese Beauty-Influencer oder die halt so Model-Bilder von sich selber auf Insta posten und damit Geld verdienen im Kopf. Also meistens selber, wenn ich irgendwie sage... Also meistens das Erste, woran Leute denken, wenn ich sage, was ich mache. Was halt nicht das ist, was ich mache. Ich meine, ich hatte kein Problem, mit Insta auch Geld zu verdienen. Aber es ist bisher nicht so weit. Ist hier auf Twitch natürlich was anderes. So, auf Twitch ist halt... Ähm, ist es halt schon eine Männerdomäne. Praxische Männlichkeit hat an seinem Hünge klopft. Ja, voll. Weil Frauenscheiße behandelt werden, ist es okay, wenn sie das auch macht. Da kann ich nicht mitgehen. Ich habe die Folge schon woanders gesehen und sind da auf einem komplett anderen Weg gewesen, als hier die Stimmung ist. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wieso denn? Es ist ja nicht, dass sie genau dasselbe macht. Sondern, dass sie halt einfach Frauen und Männer nicht gleich behandelt. Sondern halt mit einem anderen Standard behandelt. Ja. Finde ich vollkommen valide. Was Leid es mir tut, ist es halt auch einfach so, dass von, ähm, Männern einfach eine größere Gefahr ausgeht. So, ich hab... Auch einfach unsere Erfahrungen prägen uns ja auch. So, ich hab in meinem Leben so unfassbar viele übergriffige Situationen von Männern erlebt. Keine einzige übergriffige Situationen, ähm, oder sexuell übergriffige Situationen, so, um das zu konkretisieren. So anders übergriffig vielleicht auch schon. Aber halt so, ähm, sexuelle Übergriffe, sexuelle Belästigung, irgendwie sowas in die Richtung. So viel von Männern kann ich nicht zählen. Keine Ahnung. Ständig. Immer und immer wieder. Von Frauen? Weiß ich gerade nicht, ob da mal irgendwas passiert ist. Vielleicht in irgendwelchen Insta- oder Twitter-DMs, wo ich nicht weiß, ähm, welches Geschlecht die Personen haben. Aber, ja, also, das heißt, Frauen bekommen bei ihr den Bonus, den Männer sonst im Leben haben. Genau. Nicht per se, dass sie Männer schlecht behandelt. Genau, ja. ...20 ist, und weil sie halt, die hüpft halt von einem Typen zum anderen. Es ist auch wieder so einfach, sich auf Paulina zu stürzen. Ich hab sie am Anfang, hab ich sie noch ein bisschen in Schutz genommen. Hey, ist es ein Welpenschutz? Sie ist Genzeichenkrebs. Wir sind eins. Versteht ihr, was ich meine? Und wir alle, wenn ihr da nicht wart, seid froh. Aber ich war da auch, und es ist noch nicht mal zehn Jahre her, dass ich einfach nur Männern gefallen wollte. Weil das das ist, was uns die Gesellschaft sagt, dass das Wichtigste ist, dass wir da sind, um Männern zu gefallen. Und Paulina ist halt gerade dieses Pick-Me-Girl, was wir alle mal länger oder mal kürzer waren. Sagt mir jetzt nicht, ihr habt doch alle mal Pick-Me-Girls. Und wenn dann Paulina von einem Typen zum anderen sagt, oh, jetzt bin ich schon wieder verliebt, und ach, der ist so toll, und der ist es jetzt wirklich. Und so, ja, klar können wir. Und dann sagen, ja, die Paulina, die ist echt ein bisschen crazy. Und sie ist echt anstrengend. Und mein Gott, ey, wer hat die denn da losgelassen? Das ist halt genau dieses Ding, dass Frauen so viel härter kritisiert werden als Männer. So viel mehr Kritik und Beleidigungen und whatever, Übergriffe abbekommen. Gerade wenn sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Egal ob auf Social Media oder in irgend so einem Fernsehformat. Und das ist ja genau den Punkt, den sie machen will. Dass das halt eben, ähm, dass sie das halt eben nicht machen will. Sondern dass sie halt eben Frauen erst mal den Benefit of the Doubt geben will. Den der Frauen normalerweise nie gegeben wird. Aber Männern ständig. Boah, ist das peinlich. Wie kann man sich als Frau nur so verhalten und so? We've all been there. So, wie kann man sich denn als Frau nicht so verhalten? In einer Gesellschaft, wo die ganze Zeit gesagt wird, ja, aber du brauchst einen Partner, weil anders hast du eh verloren. Und du brauchst irgendwie einen Mann. Und du musst irgendwie das sein. Ganz ehrlich, warum schämen wir sie dann auch noch dafür? Da mache ich einfach nicht mit. Genauso jetzt Jennifer. Jennifer, die wird ja auch von Anfang gedrackt. Und Jennifer, ich habe auch gesagt, ich finde, ihre Stimme ist mega anstrengend. Sie ist hier Bella Swan von Twilight. Und die ist, also wirklich diese ganze, dieser ganze Film ist auch nicht, das ist auch einfach ein anstrengender Teenie-Film. Ich habe den ewig nicht gesehen. Ich weiß, da kommen schon die nächsten Hate-Kommentare von der Twilight-Community. Aber ich sage einfach, wie es ist zu Jennifer, wenn die jetzt nochmal mit Melvin, Calvin, Marvin rummacht oder was auch immer, dann soll sie das halt doch machen. Also ganz ehrlich, Jennifer ist auch irgendwie nicht das Schlimmste, was uns in dieser Welt hätte passieren können. Und ja, die ist so ein bisschen hin und her. Und die ist so ein bisschen, aber ich fand es ehrlich gesagt teilweise richtig cool, was sie auch gemacht hat. Dass sie einfach so Danilo gesagt hat, so, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht von dir als irgendwie die Täterin darstellen, sondern ich drehe jetzt mal den Spieß um und du musst dich jetzt mal bei mir entschuldigen dafür, dass du einfach anstrengend bist und mich die ganze Zeit versuchst einzuschränken und Sachen irgendwie suchst und Stress machst, wo eigentlich keiner sein müsste, weil wir beide wissen, dass wir uns gut finden. Und ein großes Thema war auch noch, das Thema Nein heißt Nein und nur Ja heißt Ja. Und da bin ich voll bei euch. Nur ein Ja ist ein Ja. Es ist kein Nein gefallen, es ist kein Ja gefallen. Darauf können wir uns komplett einigen. Ganz, ganz klar. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, wenn ihr in einer Realität lebt, in der ihr bei jedem Kuss, den ihr hattet, vorher gefragt habt oder gefragt wurdet und vorher ein Ja gegeben wurde oder ihr ein Ja gegeben habt, dann ist das eine Realität, die nicht meiner entspricht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht der Realität dieser KandidatIn bei either one entsprechen. Denn wir haben sehr viele Küsse bis jetzt gesehen und bei keinem ist vorher ein Ja gefallen. Das ist nur der Standpunkt. Es gibt sicher Szenarios und es gibt sicher Communities und es gibt sicher Bubbles, in denen das vorausgesetzt wird, dass dieser Content eingeholt wird. Und Content ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es wird leider doch immer noch so voll... Also es ist halt echt nicht weit verbreitet. Immer noch nicht, dass das Konsens auch bei einem Kuss wichtig ist und so. Dass man tatsächlich einfach nachfragen kann, so in der Mehrheitsgesellschaft definitiv nicht. Da passiert das nicht. Vielleicht in unserer aufgeklärteren, feministischeren, queeren Bubble. Ja, schon. Aber ich werde immer noch komisch angeschaut, wenn ich Leuten davon erzähle, dass ich es schön finde, gefragt zu werden, bevor man mich küsst. Weil das ist doch total unromantisch. Und so denken halt immer noch die meisten Leute, weil wir sind alle mit diesem ganzen Hollywood-Kram aufgewachsen, wo einem halt gesagt wird, das muss sich aus dem Moment ergeben und der Moment muss passen und klar. Und versteht man sich ohne Worte, man kann einem jeden Wunsch von den Augen ablesen und so ein Zeug. Und nee. Genau, es ist viel schöner zu fragen und dass die Person ein Nein sagt, als eine Person einfach so zu küssen, wenn sie das nicht wollte. Ich habe auch schon gehört, wenn jemand fragt, bin ich raus. Ja, und das ist halt leider, also für uns, für die meisten hier wahrscheinlich nicht, aber für die Mehrheitsgesellschaft definitiv Standard. Das finden Leute wahnsinnig unromantisch, sowas zu fragen. Also, ja, es ist leider einfach so. Es kommt immer mehr, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass das auch Leute, dass das Leute das so umsetzen, dass wir auf Content achten, die überhaupt wissen, was Content bedeutet. Deswegen hast du planen, lass uns heute um 17 Uhr einen Kuss haben, ist unsexy, aber es ist ja nicht was gemeint. Ich weiß nicht. Wenn ich weiß, heute um 17 Uhr werde ich jemanden küssen, dann kann ich mich darauf freuen. Also, keine Ahnung, im richtigen Kontext kann auch das cool sein. So, I don't know. Ist halt auch voll individuell, was man mag und was nicht. Aber ich kenne das so, dass Content nicht immer ein eindeutiges Ja sein muss, weil das die Realität ist, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe noch nie ein deutliches Ja gegeben und wurde noch nie um eins gefragt. Und trotzdem ist es mir noch einmal passiert, dass ich ungewollt geküsst wurde. Also, ich kenne das auch, dass mir das war, ich habe das noch nie jemandem erzählt, auch wieder schambehaftet, natürlich total. Ich war damals, glaube ich, 19, 18, habe gearbeitet. Das war so eine Mischung aus freundschaftlichem und Work-Verhältnis, schon mal ganz kacke. Ich war in einer festen Beziehung, es war spätabends, wir haben auf so einer Studentenfeier Alkohol ausgegeben, haben selber super viel gesoffen und der eine Typ hat einfach meinen Kopf genommen und mir einen Schmatzer drauf gedrückt. Mir war das peinlich, es war nicht mehr, es war mir aber auch unangenehm, ich habe nichts gesagt, ich fand es aber nicht cool und es ist ultra kacke und übergriffig. Alle anderen Situationen, in denen ich andere Leute geküsst habe und es waren einige Frösche dabei, wie die typische Kandidatin bei Love Island sagen würde, waren aber einvernehmlich, weil es gibt sowas wie Körpersprache, es gibt sowas wie Momente davor und danach. Ob man aber jetzt ein eindeutiges Ja braucht oder nicht, das kann natürlich jeder und jeder für sich selbst entscheiden und diese Grenzen und diese, also das, was man möchte, kann man ja vorher auch kommunizieren und sagen, mir ist es persönlich wichtig, vorher Content einzuholen oder dich zu fragen oder wie viel möchtest du, wie auch immer. Das kann man alles voll und ganz machen. Ich sage nur, dass es glaube ich eher etwas ist, was in einer sehr progressiven Bubble vorhanden ist und nicht der Alltag überstating live angeht, vieler Menschen ist. Da könnt ihr mir auch gerne widersprechen und sagen, vielleicht bin ich auch nicht up to date oder so, aber ich glaube, wir sind ja hier auch eine sehr, sehr starke Bubble. Deswegen werde ich hier jetzt niemals ein repräsentatives Ergebnis bekommen, was diese Frage angeht. Nur um das auch mal zu sagen. Und deswegen fand ich das alles oder finde es manchmal ein bisschen befremd. Hi, Fink, wie geht's dir? Muss ich halt entscheiden, ob man damit leben kann, jemanden ungewollt zu müssen, die meisten können das nicht. Ja, aber ich wurde auch selten, wirklich selten, also, ich finde diese Gespräche auch immer interessant. Also, ich wurde wirklich, wirklich selten gefragt, ob ich geküsst werden will, so, ob das jetzt in Ordnung ist. Und es war aber trotzdem oft, sehr oft in Ordnung. Und ich finde, das ist auch oft, also, keine Ahnung, oft ist es wirklich so aus dem Kontext, dass es eigentlich voll mit, mit Körpersprache, ja, klar, nicht alle Leute können Körpersprache lesen und so, aber manche halt schon. Und ich finde, das merkt man schon öfter mal. I don't know, ob der Vibe passt oder nicht. Wie gesagt, das können ja nicht alle Leute, deswegen besser nachfragen, als übergriffig zu sein. Aber, ich weiß nicht, also, ich kenne das schon auch, dass ich mit Leuten irgendwie Dates hatte oder so und es war dann sehr, sehr offensichtlich, dass wir gerade beide Bock haben, uns zu küssen und dass das nicht angesprochen werden muss. Aber natürlich, sicherheitshalber immer mal nachfragen. Voll. Besser einmal zu viel fragen, als zu wenig fragen. Aber deswegen ist halt nicht jede Person, die nicht nachfragt, gleich ein schlechter Mensch so. Aber übergriffige Leute ignorieren die Anzeichen und können dann diese Unschärfe trotzdem für sich nutzen. Aber übergriffige Leute fragen ja auch trotzdem nicht nach. nach. Also, wenn du einer übergriffigen Person sagst, dass sie erst nachfragen soll, dann wird sie ja trotzdem nicht nachfragen. Also, das ist ja, versteht ihr, was ich meine? Kann man ihr natürlich trotzdem sagen, aber das wird sie ja dann trotzdem nicht machen. Wenn eine Person übergriffig ist, dann wird sie übergriffig sein. Also, ich weiß, dass so Körpersprachlesen und sowas für viele schwer ist und gerade auch für viele neurodivergente Leute schwer ist. Ist ja aber ein Nein, wenn kein Ja da war, darum geht es doch. Nee, nicht unbedingt, oder? Ich, also, ich erwarte das nicht. Ich finde es schön, wenn Leute nochmal sicher gehen und wollen oder halt einfach read the room so. Ich glaube, man kann es auch zu literally nehmen. Eventuell geht es ja auch darum, zu normalisieren, dass es bei keinem klaren Ja vollkommen okay ist, wenn man dann als Geküsste zurückzieht, auch wenn ein Küssen dann kein Weltuntergang ist. Ja, genau. Stimmt mit dem auch nicht zu, Konsern heißt nicht unbedingt nachfragen. Genau. Wenn Konsern gesellschaftlich etabliert wäre, könnte das niemand ausnutzen. Ja, aber das ist es halt nicht. Es ist halt ein Unterschied. Redet ihr über eine Utopie, in der ihr gerne leben wollt? Oder vielleicht ist es gar nicht so utopisch, vielleicht ist es tatsächlich machbar. Redet ihr über eine Gesellschaft, in der ihr gerne leben wollt, oder redet ihr über eine Gesellschaft, in der ihr lebt? Weil ich rede darüber, wie die Gesellschaft jetzt gerade ist und wie ich mit Leuten jetzt gerade interagiere und mit ihnen interagieren möchte und deswegen sind nicht alle Menschen direkt schlecht, wenn sie halt nicht nach Konsent fragen, so nicht dieses Verbale danach fragen, falls es halt auch nonverbale Möglichkeiten gibt, das irgendwie auszudrücken. Aber wie gesagt, es ist halt für manche wirklich schwer, deswegen lieber nachfragen, als lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Voll. Deswegen sollte nur Ja-Ja heißen, damit die Nichtfrager sich schlechter fühlen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Sollte. Aber das ist halt eben nicht der Fall. Wir leben nicht in dieser Gesellschaft. Gerade für Menschen, die Probleme haben, gewisse Dinge zu erkennen, da redivagent unter anderem normalisiert ist und Konsensfragen doch nur positiv sein. Ja, voll, aber es ist halt nicht normalisiert. Das ist es halt eben nicht. Es wäre schön, wenn es normalisiert ist, oder wäre, aber das ist es halt eben nicht. Schauen wir mal weiter an. Endlich, mit welcher, also, mir wird vorgeworfen, ich würde Übergriffigkeit verharmlosen und gleichzeitig wird teilweise auch sehr übergriffig in den Kommentaren geschrieben. Also, da wird jemand als Täterin beschuldigt, ohne dass ein Opfer gesagt hat, sie ist die Täterin. Also, Tisi hat nochmal ganz Aber irgendwie muss man damit mal anfangen, anstatt den Schatzesquare einfach zu akzeptieren. Ich akzeptiere ja nicht den Status Quo. Ich sage ja genauso, Consent ist so ziemlich das Wichtigste überhaupt. Voll. Aber Consent kann halt auch anders stattfinden. Auch als nicht übergriffiger Mensch müsste man immer nachfragen, was zu normalisieren. Ja, klar. Natürlich. Ich sage, Also, Leute. Ich finde es problematisch, nur eine Facette von Consent vorzuschreiben. Das ist, was Momo sagt. Ganz genau das. Es gibt auch andere Möglichkeiten, nach Consent zu fragen. Es gibt andere Möglichkeiten, Consent einzufordern. So. nicht nur verbal. Das ist genau das Ding. Wir reden hier die ganze Zeit nur darüber, dass es verbal sein muss. Aber es muss halt nicht nur verbal sein. Es muss nicht immer dieses Consent, also dieses nur ja heißt ja, ja, aber du kannst auch anders enthusiastisch ein Ja zeigen, als nur durch verbale Sachen. Weil manche Leute können auch nicht so gut kommunizieren. Das vergesst ihr auch. Also, keine Ahnung, das geht auch so ein bisschen unter. Viele Leute tun sich mit so direkter Kommunikation richtig, richtig schwer. Und die werden davon dann wieder ausgeschlossen. Und für die funktionieren vielleicht andere Sachen besser. Verbales verlässlicher und einfacher. Nicht für alle. Nicht für alle. Ich glaube auch nicht, dass wir grundlegend was anderes wollen. Definitiv nicht. Slattalk hat eine sehr gute Folge zum Thema Consents. Ich glaube auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Slattalk hat viele sehr gute Folgen, aber Consents habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie das da war. Aber ja. Allgemein haben wir letztes Jahr, oder? Letztes Jahr war das Thema Consents ist sexy. auch auf YouTube und Insta sehr viele gute Reden zu dem Thema. Consents ist ein Prozess, beim Sex aufeinander zu achten und zu respektieren. Ja, voll. Zumindest ist das meine bevorzugte Definition. Ja, finde ich auch. Das impliziert Zustimmung. Eine Frage gestellt wurde, ist nur eine positive Beantwortung dieser Frage auch Consents. Ja, genau. Aber nicht immer muss eine Frage gestellt werden, um eine Übereinstimmung zu gewährleisten. Und denn, wenn man nicht reden kann, will, ich rede doch schon die ganze Zeit von Körpersprache. Ich weiß nicht. Auch nur irgendwelche Laute und Taten. Ja, einfach, ich glaube, Leute müssen auch so ein bisschen mehr lernen, nicht nur Sachen besser zu kommunizieren, sondern auch mehr aufeinander Acht zu geben und mehr eben Körpersprache von anderen lesen zu können, mehr auf so Sachen achten zu können, wie, weil man, das kann oft Leuten halt schon ein bisschen ansehen, wie sie sich gerade fühlen, so, ob sie sich gerade wohlfühlen oder ob es gerade mega unangenehm für sie ist. Ja, wir sind uns alle einig, dass Konsens herrschen muss. das steht nicht zur Debatte. Aber es kann halt unterschiedlich kommuniziert werden. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man besser nonverbal nach Einwilligung fragt. Ja, es gibt halt Leute, die das anders besser machen können oder für die verbal halt einfach wirklich, wirklich schwierig ist. Ich persönlich bevorzuge verbal, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du das zur Hand haben willst, dass du Leute so fragen willst, voll gut. Aber es ist halt nicht die einzige Möglichkeit. Aber gut. Ganz kurz, er hat nie gesagt, dass er es übergriffig fand und er hat gesagt, er bereut den Kuss, aber er hat nie gesagt, warum er den Kuss bereut. Ob er bereut, weil er loyal gegenüber Mike sein wollte, loyal gegen Steffi oder weil Kim Virginia übergriffig war. Es ist alles möglich. Ich wollte nur mal sagen, dass da manchmal Sachen rein interpretiert werden, die vielleicht nicht so sind. Gleiches geht zum Beispiel, ich habe mich drüber lustig gemacht, dass Tizi in ein Kopfkissen rein hat und gesagt hat, das ist wie ein dreijähriges Kind. Come on, it's a little bit funny. Wenn man es nicht funny findet, ist es okay. Aber dann wurde wieder gesagt, ja, es ist typisches ADHS-Symptom und vielleicht hat ja Tizi ADHS. ADHS war nie Thema. Woher soll ich, wie übergriffig wäre das denn, wenn ich jetzt sage, ja, vielleicht hat Tizi ADHS und deswegen hat er keine Impulskontrolle und deswegen hat er das gemacht. Aber das finde ich so gut, dass sie das sagt. Das finde ich so gut, dass sie das sagt, weil ich das auch so viel kriege, dass mir Leute irgendwie Neurodiversität in irgendeiner Weise andichten. Und ich finde das so anstrengend und so übergriffig, wenn mir Leute dann ständig sagen, dass ich ADHS hätte oder irgendwas anderes, weil es ist halt einfach nicht der Fall und das ist mega übergriffig, so Ferndiagnosen zu stellen. Das kann ich doch nicht bringen. Dann wurde ich dafür kritisiert, dass ich Mike Heiter sage, dass er gebrannt magt ist und auf der anderen Seite, also ich habe gesagt, er ist gebrannt, Magnus, ich würde runterspielen, das, was er erlebt hat. Ich kann doch nicht sagen, Mike Heiter ist zutiefst traumatisiert. Das wäre auch total übergriffig. Mike hat in dieser Sendung nie gesagt, Elena Miras war so und so zu mir und deswegen bin ich traumatisiert und deswegen möchte ich keine Beleidigung. Es ist alles etwas, was wir rein interpretieren, dass wir denken, Mike hat da eine Vorgeschichte und es reagiert deswegen besonders stark auf Beleidigung. Das ist etwas, was wir da rein interpretieren. Das wollte ich einfach auch nur mal gesagt haben, dass es manchmal mir auch einen Ticken zu weit geht, was da versucht wird, wie man versucht wird, einen Strick aus allem und jedem, nicht nur mir, sondern auch den Kandidatinnen zu ziehen und es ist manchmal anstrengend, wenn man einfach nur gut unterhalten werden möchte und einfach nur eine gute Zeit haben möchte. Natürlich niemals zu Lasten von irgendwem, aber das sind auch alles Reality-Stars, die da extra in dieses Format gehen und extra ihre Story pushen. Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt, wir können niemals objektiv das betrachten, weil wir schon immer jedes Material, was wir sehen, ist durch eine Brille. Das ist eine bestimmte Story, die gepusht wird, alles, was da reinpasst, kommt rein, alles, was nicht reinpasst, wird rausgeschnitten. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht meine Aufgabe, da immer die moralische Überinstanz zu sein oder direkt Richterin Barbara Salisch, die sagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern es gibt absolute Grautöne und Grauzonen und lasst uns gerne weiterhin darüber diskutieren. Ich habe das nicht produziert, ich gucke mir das auch nur an, ich weiß nicht mehr als ihr, ich gebe mein Bestes, das irgendwie gut einzuordnen und dabei eine feministische Perspektive zu behalten, nicht sexistisch gegenüber Kandidatinnen zu sein und irgendwie unkorrekte Aussagen dementsprechend einzuordnen. Und das mache ich wirklich nach aller, allerbestem Gewissen und wenn ich dann, wie gesagt, ein Auge mehr mal bei Frauen zudrücke, dann empfinde ich das als gerechtfertigt und empfinde das trotzdem als Gleichberechtigung und trotzdem als feministisch. Ich habe keine Ahnung, finde ich genauso. Also keine Ahnung, wenn halt, man kann ja auch einfach mal andere Marginalisierungen da zum Vergleich herholen. Ich finde auch, bei Transpersonen kann ich öfter mal ein Auge zudrücken, als ich bei Cis-Personen ein Auge zudrücken muss. Genauso wie bei Schwarzen Personen kann ich öfter mal ein Auge zudrücken, als ich bei Weißen Personen ein Auge zudrücken muss, weil halt da so viel Ungerechtigkeit herrscht und einfach so viel Scheiße, die ganze Zeit passiert und dass man da einfach mal ein bisschen fehlerfreundlicher denen entgegenkommt, die so viel Scheiße ihr ganzes Leben lang erfahren. Ja, das ist so meine Einstellung dazu. Wie lange ich gelabert habe, aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen. Meine Tour geht bald los. Drückt mir die Daumen, dass ich mich nicht auf der Bühne einscheiße. Gut, bis dann. Ciao. Okay. Wenn es der Fall wäre, wäre es übergriffig auch dann wäre es deine Entscheidung, ob du erstens eine Diagnose wollen und zweitens auch öffentlich drüber sprechen wollen würdest. Ganz genau, ja. Ich finde das sehr unangenehm, dass dann oft irgendwie so Bemerkungen gemacht werden, dass dann auch andere Leute irgendwie so ihr eigenes Ding auf mich projizieren und mir halt dann eben nur wenn ich vielleicht eine Sache habe, wo es so übereinstimmt, dass mir dann ADHS direkt angedichtet wird und sowas. Also das passiert so oft, weil ich ein bisschen verplant bin oder so und das halt nicht direkt ADHS. um die Situation mit der Dusche dann zu sagen, dass sie das Frauen durchgehen lässt. Irgendwie vorfalsch. Naja, wenn halt aber nichts passiert ist, also wenn wir nicht den Kontext wissen, wenn wir nicht wissen, ob das tatsächlich in Ordnung ist. Das finde ich auch schwierig, wenn anderen, wenn Betroffenen eine Opferrolle aufgezwungen wird, wenn sie die vielleicht gar nicht haben wollen, weil für sie irgendwas in Ordnung war oder so. Das finde ich auch übergriffig. Und wenn da der Kontext einfach fehlt, finde ich schwierig, das zu beurteilen. Ich weiß nicht. Also für mich ist halt, ja, Betroffenen wird einfach geglaubt. Und wenn wir halt den Kontext nicht haben, gerade von so einer Show, ist es halt schwierig, da Sachen so rein hinterher zu kritisieren. Dann die Bemerkung, dass sie das Frauen durchgehen lässt. Ihre Bemerkung ist ja nicht, dass sie jetzt Frauen alle sexuellen Übergriffe oder alles, was irgendwie übergriffig sein könnte, durchgehen lässt, sondern einfach dieses, was ich ja auch gesagt habe, von einem Mann aus angestarrt zu werden, ist einfach bedrohlicher, als von einer Frau angestarrt zu werden. Tut mir leid. Das ist halt leider einfach so. Aber sie ist doch dabei belastend, dass da nichts bekannt ist. Ja, so wie ich das verstanden habe, hat sie das gemacht. Also hat sie halt eben da nicht gesagt, dass das übergriffig wäre. Und deswegen haben sich Leute aufgeregt, weil sie das nicht gesagt hat. Und ich finde das total valide, dass man als marginalisierte Person gerade innerhalb der eigenen Gruppe mal ein bisschen liebevoller miteinander umgeht und Sachen und nicht immer das schlimmstmögliche in alles rein interpretiert, sondern vielleicht einfach da mal davon ausgeht, dass irgendwas auch einfach in Ordnung ist. Ja, das hat sie vielleicht einfach falsch formuliert, die falschen Worte dafür benutzt. Weiß ich nicht. Eigentlich sagt sie doch eher, dass sie, solange nichts bekannt ist, sie bei vertauschten Rollen eher davon ausgehen würde, dass es eine übergrillige Situation ist als so rum. Was ja statistisch gesehen tatsächlich wahrscheinlicher ist oder interpretiere ich da gerade auch so viel rein? Nee, ich habe das auch genau so verstanden, dass sie da sich jetzt halt nicht so viel dazu gedacht hat, aber wenn es halt andersrum gewesen wäre, dann hätte sie sie wahrscheinlich auch anders eingeordnet. Ich finde übrigens sehr wichtig zu betonen, dass die betroffenen Personen das Recht hat, eine Situation als übergriffig einzuhören und keine dritten. Ich finde es ironischerweise eher übergriffig, jemanden im Übergriff einzureden. Ganz genau das! Ganz genau das finde ich auch. Und das ist halt das Ding, weil wir haben halt von so vielen Sachen, also gerade wenn es um solche Shows geht, da gibt es dann halt nur diesen kleinen Ausschnitt und es gibt halt nicht den Kontext dazu. Es gibt halt nicht so dieses Wie sieht sie das? Wie sieht er das? Was ist da eigentlich passiert? Haben die darüber geredet? Ist das für die einfach in Ordnung? Weil für viele Leute, wie gesagt, in unserer Mainstream-Gesellschaft ist explizit nach Content-Fragen kein Ding. Das existiert da nicht. Die meisten wissen nicht mal, was Content eigentlich ist. Würde ich gerade bei solchen Leuten tatsächlich auch selber wahrscheinlich eher reininterpretieren, wenn sie da zuschaut und er nichts sagt, dass es in Ordnung zu sein scheint. Weil wenn er was gesagt, also ich denke mir auch gerade so aus Produktionssicht, wenn er was gesagt hätte, hätten sie das hundertprozentig drin gelassen, weil das gibt ja wieder einen Konflikt, wo sie so ein bisschen Drama draus ziehen können. auch in Ordnung.